Die folgende messerscharfe Analyse zur Inflation stammt von Markus Krall. Die Besonderheit, er gab seine Prognose vor einem Jahr ab. Im Mai 2021, in einem Gespräch mit Marc Friedrich. Und er lag richtig, wie wir heute wissen. Der Status ist, dass wir jetzt die Vorbeben der Inflation spüren. Wir sind ja jetzt seit einem guten Jahr in der deflationären Phase. Kontrahierende Wirtschaft, unterbrochene Lieferketten und Supply-Probleme, also Angebotsprobleme. Und jetzt hat man das ja eine Weile mit frisch gedrucktem Geld quasi auf laut gehalten. Und jede deflationäre Phase kann ja erst mal noch eine Weile überstehen mit frisch gedrucktem Geld. Zumal der Nullzins ja dazu führt, dass er das Bankensystem weiter erodiert. Und das wirkt per se auch deflationär. Das kommt noch oben drauf. Das heißt, wir sind jetzt seit einem guten Jahr in dieser deflationären Phase. So, wie ich es auch eigentlich prognostiziert hatte. Und was ausgeblieben ist bisher, ist die Bankenkrise. Das wird ja ja oft jetzt vorgeworfen. Ja, die Bankenkrise ist natürlich in Wahrheit da. Bilanztechnisch ist sie nur nicht da, weil die Bilanzen im Grunde genommen die ökonomische Realität gar nicht mehr reflektieren können. Das heißt, niemand weiß mehr, was in der Box drin ist. Also die Banken sind eigentlich unsere Schrödingers Katze. Ja, die Banken sind eingeschlossen in einer bilanziellen Blackbox. Und wir wissen eigentlich gar nicht, ob sie noch leben oder tot sind, weil sie in dieser Box sind. Wir können das erst feststellen, wenn wir die Box aufmachen, ob sie tot sind. Box aufmachen heißt in dem Fall, die Bilanzen korrekt bilanzieren. Mit anderen Worten, ausgefallene Kredite abschreiben, wertberichtigen. All diese Themen tun, die wir jetzt seit anderthalb Jahren fast schon vor uns herschieben. Nämlich insolvente Unternehmen tatsächlich zum Insolvenzrichter schicken. Unternehmen, die ihre Kredite nicht mehr bezahlen, beziehungsweise Kredite, bei denen die Kreditnehmer insgesamt, ob privat oder Unternehmen, nicht mehr leisten, Zins und Tilgung auch tatsächlich wert zu berichtigen. Das passiert ja alles nicht. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in dem Thema Bankbilanzen komplett in einer in sich geschlossenen, gekapselten Scheinwelt, von der niemand weiß, wie lange das noch gut gehen kann. Irgendwann mal wird es natürlich so sein, dass die Leute sagen, naja, wenn die Bilanz wirklich absolut untauglich ist, die ökonomische Realität mehr zu reflektieren, dann suche ich mir ein neues System. Das heißt, irgendwann gehen die Leute da raus, weil sie sagen, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich davon will. Und deswegen hatten wir noch nicht die große Bankenkrise. Das heißt aber nicht, dass wir keine Bankenrettung gesehen hätten. Wir haben im Grunde genommen ja schon im letzten Jahr, kurz bevor der erste Lockdown kam, diese große Welle an Liquiditätsinfusionen in das Bankensystem durch die EZB gesehen. Und das wurde nur im Prinzip, das ist untergegangen in dem ganzen Corona-Trubel. So, jetzt geht das als so weiter. Nach meiner Meinung ist ein Großteil der Bankenlandschaft mittlerweile bilanztechnisch schon längst jenseits von Gut und Böse. Aber wir werden wahrscheinlich noch eine Weile warten müssen, bis auch die Marktteilnehmer es in der vollen Härte realisieren, wenn die ersten Informations-Bubbles da an die Oberfläche kommen. Was wir allerdings gleichzeitig gesehen haben, ist natürlich diese gigantische Ausdehnung der Geldmenge. Wir haben effektiv die Geldmenge seit Beginn der Corona-Krise in Form der Zentralbankgeldmenge verdoppelt. Wir haben alleine im März in einer Woche mal ein Wachstum der Zentralbankgeldmenge innerhalb einer Woche um 340 Milliarden Euro gesehen. Wenn man sich überlegt, dass 1999 die gesamte Zentralbankgeldmenge der EZB 700 Milliarden betrug, haben wir es gerade mal in einer Woche um 50 Prozent der ursprünglichen Geldmenge ausgedehnt. Ohne dass dem irgendwie ein Warenangebot gegenüber stünde, das als Deckung quasi, als Wertdeckung für dieses Geld taugen könnte. Und wenn wir uns anschauen, wie die Kurve verläuft, sie verläuft steilexponentiell. Sie hat nochmal an Steilheit in den letzten Tagen und Wochen zugelegt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie auch diese Steigung beibehält. Warum? Weil jede Erschütterung an den Märkten, die Zentralbank zwingt, sofort tätig zu werden. Und die Erschütterungen werden nicht weniger, die Erschütterungen werden mehr, weil wir immer mehr realwirtschaftliche Probleme haben, die sich auf die Finanzmärkte natürlich irgendwann durchschlagen. Wenn wir jetzt sehen, wir haben diese massiven Überwertungen, wir haben die Blasenbildung, jeder weiß es. Jeder behauptet zwar, das macht nichts, aber jeder weiß, dass sie da sind. Aber das ist ja die Eigenschaft jeder Blase, dass vor ihrem Platzen jeder sagt, nein, die wird nicht platzen, sonst wäre sie ja schon geplatzt. Selbst die Tulpenblase in Holland vor ein paar hundert Jahren war ja so, dass alle gesagt haben, die platzt nicht. Das ist alles fundamental gerechtfertigt. Die Blase 1929, nein, nein, die platzt nicht. So ist es auch mit dieser, wir leben in dieser Blase. Und die Blase wird über kurz oder lang immer wieder unter Druck geraten. Sie ist ja schon ein paar Mal unter Druck geraten. Und jedes Mal, wenn das passiert, muss die Zentralbank mehr Geld drucken. Bisher ist es ihr gelungen, dass dieses neue Geld quasi sich nur in der Kapitalanlage seine Ventile sucht und damit die Blasen weiter wachsen. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, durch realwirtschaftliche Phänomene, dass sich der inflationäre Druck aus den Kapitalmärkten seinen Weg in die Realwirtschaft bahnt. Und wo passiert es? Genau an den Enden, die am Kapitalmarkt ähnlichsten sind. Nämlich wo es um den Handel mit Gütern geht, die ja quasi rohstoffartigen Charakter haben. Baumaterialien, Holz, Riehgips, Stahl, Baustahl, Betonstahl und so weiter. Dort sehen wir Inflationsraten für einzelne Produkte und Produktgruppen zwischen 100 und 350 Prozent aufs Jahr gerechnet. Und das führt jetzt zu Hortungen. Warum ist es so, dass das plötzlich so nach oben quillt? Das führt zu Hortungen. Die Ursache ist aber, dass es einerseits eine Verknappung des Angebots gibt durch die beschädigten Lieferketten und andererseits eine Steigerung der Nachfrage nach diesen Produkten. Und wenn Nachfrage steigt und Angebot fällt, dann steigt halt der Preis. Dann steigt auch die Neigung zum Horten. Die Hortung ist eine Form der Flucht aus dem Gelde. Und die Flucht aus dem Geld ist der Mechanismus und Motor der Inflation. Das heißt, wir sehen jetzt in diesen Bereichen, dass die Inflation sich in die Realwirtschaft reinfrisst. Und sie frisst sich immer in der gleichen Reihenfolge rein. Das kann man empirisch beobachten. Erst bei den Capital Assets, dann bei den realen Assets, die irgendeine Bedeutung in der Realwirtschaft haben, wie zum Beispiel Baumaterialien, Rohstoffe etc. Und von dort aus geht es dann in die anderen Güter mit hoher Wertaufbewahrungsfunktion. Also geringem Verderb und Verfall, wenn man so will. Also Autos, White Goods etc. Und das heißt, die Leute fliehen zuerst mal in die Assets und in die Wirtschaftsgüter, von denen sie glauben, dass sie zwar auch einen gewissen Wertverlust erleiden, aber dass dieser Wertverlust langsamer ist als der des Geldes. Und so kommt die Sache ins Galoppieren und frisst sich dann irgendwann bis zum Konsumentenwarenkorb durch. Wenn es dort dann ankommt und dort zum ersten Mal dann gemessen wird als Inflation, bis dahin ist es ja angeblich da keine, das ist eigentlich auch komplett widersinnig. Erst wenn es in diesem speziellen Warenkorb gemessen wird und alle Brandmauern zwischen dem Kapitalmarkt und diesem Warenkorb mittlerweile überrannt, überflutet, niedergebrannt und ausgerissen sind, erst dann wird es sich messbar zeigen in den Zahlen der Zentralbank, die sie zur Entscheidungsfindung nutzt. Aber sie will ja dann, sie will ja Inflation angeblich, aber sie will natürlich nicht die paar hundert Prozent Inflation, die sich da ankündigen. An bestimmten Gütergruppen, wie gesagt, sind es ja schon ein paar hundert Prozent. Und das Ergebnis wird sein, dass wir plötzlich dann vor einer Teuerungswelle stehen, die die Kaufkraft der Menschen halt dann sichtbar erodiert. Und dann wird es interessant. Also wir werden am Anfang noch so, wenn das bis zum CPI quasi Warenkorb dann langsam vordringt, dann wird es auch nicht alle Produktgruppen gleichzeitig erwischen. Das heißt, wir können von einer langsamen Steigerung ausgehen. Das wird dann so zwei, drei, vier Prozent in der ersten... Die Bundesbank erwartet ja selbst schon zwischen drei und fünf Prozent. Dann wird es also, aber da ja die Vorproduktgruppen und die Inputproduktgruppen, die die Produktion dieses CPI ja ermöglichen, die werden ja schon davongelaufen sein. Das heißt also, dann wird es nicht so einfach aufzuhalten sein. Die Welle, die schwappt dann schon an. Also das ist wie ein Tsunami, der ist auch erst 20 Zentimeter hoch und dann steigt er aber sehr schnell, sehr steil an und er kann nicht mehr aufgehalten werden, wenn er vor der Haustür steht. Und dann werden wir sehr schnell sehen, dann geht es auf 10, 20, 30 Prozent und dann wird es den Leuten sehr schnell Angst und Bange. Vor allen Dingen dann, wenn die 10, 20, 30 Prozent nicht jährliche Raten sind, sondern wie wir es im Baubereich im Moment sehen, monatliche Raten. Und ja, dann ist diese Politik zu Ende. Wir hoffen, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher bitte unseren Kanal und betätigen Sie die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020